Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich zu einem kleinen, neuen, vielleicht größeren Projekt und zwar zu dem Captain's Crew Talk, wie wir das ganze Projekt hier mal genannt haben. Ich begrüße an meiner Seite heute den Sargent. Ahoy! Und den Tomek, der die glorreiche Idee dazu hatte. Hallo! Hallo! Was wollen wir heute tun? Tommi, erklär uns das doch mal bitte. Ja, schön abgegeben soll ich. Ja, sehr schön. Du hattest die Idee, ich bade sie auch aus. Genau, bitte. Die Bühne gehört dir. Ich dachte mir, wir wollen mal ein bisschen irgendwie mehr euch als Community mit einbeziehen. Also einfach einen klassischen Podcast aufnehmen. Jetzt haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir als Thema für den ersten Captain's Crew Talk, also unseren ersten Podcast und haben uns jetzt auf ein, ja, dieses Jahr noch erscheinendes Spiel geeinigt, wo wir uns gleich mal zusammen den Trailer angucken, der Captain, der Sargent und ich. Und mal einfach, weil es ein Spiel ist, was uns alle interessiert, ich glaube, ich kann es jetzt schon mal teasern mit Tropico 6. Eins ist, wo wir wahrscheinlich alle viel Zeit drin verwenden werden, uns einfach mal den aktuellen Trailer angucken wollen, der von Gamespot Trailers jetzt nochmal veröffentlicht wurde von dem Kanal. Den hängen wir euch auch unten wieder in die Videobeschreibung. Das ist der 2018er E3 Trailer, glaube ich. Und ja, eigentlich wollen wir ein bisschen darüber quatschen, was so an Spieleprojekten ansteht, an vielleicht auch Filmen, Musik, keine Ahnung. Schreibt was in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, weil ihr mal hören wollt, was wir so dazu sagen, außer politische Themen. Das werden wir hier, glaube ich, lieber mal rauslassen. Ja, politische Themen, da können sich andere mit befassen. Dann gibt es genug Kanäle, die man sich anhören kann und da wollen wir, in diese Schiene wollen wir uns eigentlich nicht lenken. Also ich denke, das sollte eigentlich ausreichen, wenn wir da über Spiele, über das, was auch auf unserem Kanal so läuft, die Richtung auch uns weiter bewegen. Außer vielleicht über die Biertrinkerpartei, da könnte man politisch werden, aber... Okay. Oder die Schnitzelpartei, also man... Ja, die Schnitzelpartei, die auf jeden Fall. Da können wir uns definitiv engagieren. Und vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass es natürlich alles nur, sind jetzt keine Fakten, auf die wir uns hier basieren, sondern Meinungen, eigene Erfahrungen, Wünsche. Wünsche, Vorstellungen, genau. Was wir uns vielleicht erhoffen auch von diesem Spiel vielleicht oder eher nachdem von dem Thema, über was wir reden wollen, speziell heute über dieses Tropikum 6. Ja, zum Beispiel. Genau. Deswegen würde ich sagen, zum Einstieg schauen wir uns erstmal diesen knapp zwei Minuten langen Trailer an. Wie gesagt, der ist, das ist glaube ich, der offizielle E3 2018 Trailer und jetzt nochmal in der Variante... Gamescom. Gamescom. Ach, Gamescom. Gamescom. Genau. Steht ja auch im Titel, ne? Wer lese kann, kann ich da im Vorteil. Äh, veröffentlicht von, äh, Gamescom Trailers jetzt nochmal am 22.08. Wie gesagt, den Link davon hängen wir uns, hängen wir auch unten in die Beschreibung, meine Fresse. Und, äh, dann würde ich mal sagen, schauen wir erstmal uns gemeinsam diesen Trailer an. Wie gesagt, eine Minute 43. Äh, an die Crew und den Käpt'n, äh, bei Einwürfen, Gedanken, Wünschen des Stopps, weil, äh, Besonderheiten aufgefallen sind, sofort reinschreien. Dann drücke ich natürlich auf Stopp, dann können wir das Ganze nochmal im Detail analysieren. Ansonsten... Okay, also machen wir es gleich quasi, äh, während des erstens angucken. Also nicht einmal durchgucken, sondern einfach direkt, wenn mir was, wenn mir was aushält, gleich... Genau, wir sind, wir sind alle Ü30, wir können uns eine Minute 43 am Stück nicht merken. Ich nicht. Nee, das stimmt. Okay, dann los geht's. Was, äh, ja, schon bekannt sein dürfte, ist, es spielt jetzt in der Neuzeit, also nicht mehr hier irgendwann, äh, 1500 Schieße tot oder 1800 Schieße tot, sondern, äh, wirklich im Spiel jetzt. Haben, haben das Tropico-Teile nicht immer gemacht? Also sind die nicht eh denn immer in der Neuzeit gelandet? Fangen doch, die fingen doch immer recht früh an. Die fingen doch immer Kolonialzeit an, eigentlich, ne? Genau. Und, ähm, ging denn bis in die Neuzeit, oder? Soweit ich mich erinnere? Irgendwie, wenn du es jetzt so sagst. Ich hab mal schon mal auf Stopp gedrückt nach insgesamt 24 Sekunden. Passt doch ganz gut, das Bild, gerade. Ja, weil mich schon mal auffällt, dass auf jeden Fall irgendwie die gesamten, ähm, wie seht meine Maus, die gesamten, äh, Buttons irgendwie komplett anders aussehen, oder so ich mich... Also es sieht irgendwie ganz anders, die Seite irgendwie mehr, mehr Comic-mäßig aus als bisher, glaube ich. Also ich finde eigentlich bei gerade, daran haben sie sich eigentlich am meisten gehalten, weil dieses Tropico-Design, also dieses Design immer mit diesen, zum Beispiel jetzt auf der rechten Seite das mit dem Klemmbrett, ne? Das ist doch immer, das ist immer dieses typische Tropico, finde ich. Gerade auch unten diese, das ist halt immer so ein bisschen, weiß ich nicht, kann das jetzt nicht beschreiben, wie das jetzt aussieht, aber es hat immer, hat immer schon so ein Player gehabt, finde ich, war ich in der Meinung, aber ich kann mich jetzt auch, weil ich ja das jetzt letztlich gespielt habe, Tropico 5, ähm, ja. Was mir nochmal auffällt, ist, äh, zum Thema Zeit, ne? Guck mal. Ja. Startzeit April 1900 aktuell jetzt hier in dem Video. Wenn wir jetzt nochmal, ich bin ja müh, zurückspringen, 2001, also von der Zeitspanne schon mal, äh... 100 Jahre auf jeden Fall, wa? 100 Jahre? Mhm. Ja, wobei das ja auch in der Vergangenheit immer so war, dass ich, äh, selbst diese Gebäudestrukturen, denn ja im Laufe der Zeit und natürlich eben auch die Technologien, ja, glaube ich, noch freischalten muss das teilweise, ich weiß gar nicht mehr, wer es 100% war, aber, äh, die Erweiterungen selber haben sich ja auch über die, im Laufe der Jahre sozusagen, äh, erweitert und verbessert dann. Genau. So, also ich muss natürlich jetzt dazu sagen, ich kenne, glaube ich, nur Tropico 5, ich weiß gar nicht, ob ich sogar mal 4 gezockt habe, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, das ist schon sehr, sehr lange her, aber so in Bezug auf Tropico 5, glaube ich, ist da sehr, sehr viel ähnlich und ich finde auch so die grafischen Elemente, was man so sieht, hat sich jetzt nicht so viel getan, meiner Auffassung nach. Ja, das, das muss ich aber auch dazu sagen, das, was ich schon zu Tropico 6 schon gesehen habe, waren jetzt auch einige YouTube-Videos oder so Beta-Tests, die du ja aktuell schon finden kannst, ähm, zum Beispiel bei einem Spielbeer-LP, an der Stelle, schöne Grüße, äh, der zum Beispiel hat eine, hat da schon einige Let's Plays zu gemacht, zu der Beta und ja, es sieht, es sieht schon sehr verdächtig nach den alten Teilen aus, gerade so gerade im, nach Tropico 5, ne, also, was jetzt grafisch, müsste ich selber gucken, aber da weiß ich jetzt nicht, ob es so einen großartigen Sprung gab. Ja, das ist eigentlich nur die, also für mich irgendwie, aber ich weiß auch nicht, ob ich das letzte Mal Tropico 4 oder 5 gezockt habe, äh, von der Zeitperiode her, ne, dass es irgendwie da noch wirklich mit, gefühlt mit Segelschiffen war, aber ich meine, wenn es jetzt in 1900 losging, was wir ja hier eben schon irgendwie ein bisschen später gesehen haben, also Segelschiffe kann ich mich jetzt so gar nicht dran erinnern, muss ich ehrlich sagen, also, wenn, immer so Dampfschiffe, wenn, also, so Dampfschiffe, beziehungsweise schon, oder schon richtige Konten, weiß ich gar nicht, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo es anfing. Das ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr, ich hab's immer auf dem PS4 als letztes Weltkrieg auf jeden Fall, es muss die Kolonialzeit so angefangen haben, oder? Weil so die karibischen Inseln noch unter, unter Herrschaft der Krone waren. Genau, ja, und das wäre ja quasi noch zu Zeiten von, äh, Segelschiff und Co. gewesen, aber, aber was weiß ich. Ich bilde mir sowieso ein, dass so die, ähm, die Zeitspannen mit den, sagen wir mal, technologischen Entwicklungen nicht so wirklich miteinander gepasst haben. Ja, ja, das war natürlich auch. Das sowieso nicht, ja. Das war ja, das ist ja letztlich auch immer so ein bisschen spielabhängig gewesen, wie schnell du im Spiel vorangeschritten bist, bist du irgendwann mal was wie vor freigeschaltet oder erweitert hast, oder so, aber ich glaube, das passte generell nicht. Wie so hundertprozentig. Wobei das natürlich auch meiner Meinung nach nur wirklich sekundär war, also ich hab da jetzt nie so drauf geachtet. Historisch korrekt war irgendwie anders, ja. Ja, ich glaub, das ist auch nicht Sinn des Games an sich, ne, so irgendwie. Aber wenn du grad finde, dass man sowas hier bauen kann, ne? Also ich kann dann neben Stonehenge das Brandenburger Tor und die Hagia Sophia bauen. Ja, das wollte ich nämlich grad auch ansprechen. Das ist, äh, find ich schon sehr interessant, dass es, das ist jetzt auch, glaub ich, so eine Neuheit, ne, dass du die ganzen Weltwunder irgendwie auf der Welt entweder bauen oder klauen kannst, da bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, und die denn bei dir halt in die, auf die Inseln packen kannst. Was übrigens auch eine neue Erweiterung, also ein neues Feature quasi, der, der Tropico 6 ist, oder von Tropico 6, dass du hier halt jetzt eher auf Inseln konzentriert wirst. Ja. Größere Inseln mehr, also quasi wirklich so karibische Inseln anstatt fest oder große Einzelinseln. Hm. Aber ich würd sagen, das war, das war Klauen, das ging irgendwie mit dem Hubschrauber, ne? Und, äh, bei Pirate Cove, äh, würde ich sagen, so Piratenhöhle, äh, klingt irgendwie mehr nach geklaut als, äh, gekauft. Ja, das stimmt. Also geh ich auch mal davon aus, dass es wahrscheinlich eher Klauen werden irgendwo auf der Welt und dann das versuchen wollen, deine, auf deine Tropische Inseln zu stellen und du dann Brandenburger Tor da hast. Das ist natürlich auch lustig. Das stimmt. Ja. Weitere Meinung, oder soll ich erst mal auf, äh... Machen wir weiter. Machen wir mal weiter, genau. Komm mal auf. Machen wir weiter rein. Obwohl, da hast du gesehen, da war schon gerade irgendwas mit dem Segelschiff, da hast du recht. Genau. Ja, das ist Brandenburger Tor. Absolutes Highlight ist auf jeden Fall schon für die Musik. Ja. Oh, und das ist ihr... Halt mal kurz an. Wollen wir zurück. Ja. Machen wir... Das ist nämlich auch neu, dieses Feature. Das konntest du nämlich vorher nicht, dass du dein Palast zum Beispiel, dass du den individualisieren kannst. Ja, stimmt. Also, dass du quasi wirklich so... Also, ein bisschen zumindest. Also, hast du ein paar... Sieht man ja, hast ein paar Auswahlmöglichkeiten. Das ist auch ein neues Feature auf jeden Fall. Das hatten sie vorher nicht. Sonst hattest du ja immer nur diesen Standard-Palast und konntest halt ein bisschen erweitern und irgendwie Security aufrissen und noch ein bisschen was anbauen, aber das war es eigentlich. Aber das weiß ich auch. Das stand ganz oft in irgendwelchen Anmerkungen, habe ich ganz oft in irgendwelchen Kommentare zu gelesen, was man sich eben wünschen würde, dass das irgendwie überhaupt keinem so richtig geschmeckt hat, dass man eben diesen Standard-Palast hat und für so typischen, ja, wie soll man eigentlich nennen, Diktator, muss man ja fast sagen, passt das irgendwie nicht so ins Bild, so von wegen, ich habe jetzt hier so 015-Palast. Das muss prunkvoll werden, das muss man machen können, wie man das will. Ja gut, aber da spricht das ja dann auch nicht dafür, weil das ist ja auch nur, da hast du ja dann sechs Auswahlmöglichkeiten oder fünf in dem, sieben in dem Fall. Aber drei, vier, acht, sechs, zwölf. Sechs, zwölfzig. Aber besser als eine. Ja, das ist natürlich richtig. Aber das ist jetzt auch nicht größer dadurch, ja, der wird jetzt auch nicht, das Feld ist ja immer das Gleiche, von der Größe her, das ist ja auch anders angeordnet so ein bisschen. Feind so auf jeden Fall, ja. Aber immerhin. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Ich gebe dir ab so einen Brechtquatsch. Und allein die Musik ist schon wieder, die Musik und dazu dann immer, wenn der Berater dich voll quatscht mit El-Präsidente. Ja. Das ist so geil. Und da bin ich ja zum Beispiel auch wieder richtig gespannt, weil das war was, was ich früher in diesem Game so total geliebt habe, waren diese Radiosendungen. Ich weiß gar nicht, ob das, gab es das im fünften Teil? Ich habe so das Gefühl, das fehlte irgendwie. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich habe es gerade nicht mehr so auf dem Schil. Ich glaube, das gab es aber. Dass halt immer so Radio-Durchsagen kamen, meinst du? Ja, ja, genau so diese schönen Radioshows, wenn du gerade irgendwie auch was Neues gebaut hast oder irgendwie so, dass dann darauf eingegangen wurde. Das fand ich ziemlich cool. Ich glaube, das war ein ziemlich cooles Feature. Das haben die, glaube ich, nicht rausgebaut. Ja, mir ist jetzt gerade so. Bin ich mehr als... Meiner auch, es wäre noch drin gewesen, aber ich habe es irgendwie nicht mehr so direkt vor Augen. Aber das fand ich halt immer ein sehr, sehr cooles Feature. Und wenn du dann natürlich noch sowas hast wie jetzt hier, ich glaube mal eben das Brandenburger Tor und dass da auch was zu geben würde, vielleicht so ein bisschen zur, so nennen wir es mal Herkunft, das wäre natürlich interessant. Das muss man ja dazu sagen. Also die ganzen Sprecher und sowas, das war schon alles sehr gut gemacht. Also das muss man schon sagen. Und die haben ja auch für den sechsten Teil auch die gleichen wieder verpflichtet, die ja auch, zumindest die, die dauerhaft da waren. Also der El-Präsidente wird, glaube ich, weiterhin von dem Gleichen gesprochen und dieser dauerhafte Berater, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der ist auf jeden Fall auch wieder mit der gleichen Stimme dabei, der gleiche Synchronisator. Okay. Und das waren ja immer so die Haupt... Die anderen waren ja immer austauschbare Charaktere, aber die waren ja irgendwie immer die beiden Hauptdinger, die immer so das alles Meister halt gequatscht haben. Das war ja immer... Die waren immer recht cool. Wir haben jetzt 40 Sekunden schon geschockt von der 1 zu 41, da gucken wir mal weiter. Aber man kann den jetzt mal farblich ändern, ne? Ja, allgemein, das stimmt. Der sieht schon wirklich schon dolle anders aus. Das mit dem Straßenbau hat mich ein bisschen ans Hit Skylines, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Also auch so von der Hauptspiele. Allgemein so ein bisschen, was das Bauen angeht. Ist das vom selben Entwickler? Ich weiß gar nicht. Ne. Ist das anders gewesen? Nein, ich glaube, es ist der klassische Aufbau-Gruppe. Die Skylines ist von Paradox. Naja. Also, Publisher oder Entwickler? Ich bin mir verwechselt immer. Ein Publisher oder Entwickler ist. Habt ihr gesehen? Ne, das habe ich leider jetzt nicht gesehen. War da? Du kannst einfach... Hier, du kannst random irgendwelche Menschen anklicken. Hat hier die Dame angeklickt. Und sie dann einfach... Das gab es auch im fünften Teil schon. Das gab es im fünften Teil schon. Gerade wenn du irgendwelche Regime-Gegner hattest, die du nicht leiden konntest. Wurde die aber gerade von dem Typen da getötet, der da war? Weil ich habe das gerade nur ein bisschen abgehackt. Ne, das war einfach quasi aus der dritten Dimension von oben einfach zerlegt. Ich glaube, dass da so ein Attentäter unterwegs war. Der Typ da. Ach stimmt, ja. Ja, genau. Wo ist er hier? Der Feigling. Da. Der Verwirrte, der hier am Straßenrand steht und die arme Frau abgeknallt hat. Wahrscheinlich waren es eine Rebellin. Aber sowas in die Richtung. Das meinte ich ja, das fand ich ja eigentlich auch im fünften Teil, mag jetzt makaber klingen, aber so für dieses Spielprinzip fand ich das halt immer ganz witzig. Du konntest ja nicht nur die Leute töten lassen, sondern konntest halt, sagen wir mal, Oppositionsführer, möchte ich es immer nennen, ja auch Einschüchter, indem du gesagt hast, ja von wegen, ich sperre halt deine Familie ein oder weise sie aus und all solche Geschichten. Um so ein bisschen deine Macht aufrechtzuhalten und somit eben auch Wahlen zu beeinflussen. Das ging halt im fünften Teil auch schon. Das fand ich eigentlich ziemlich lustig umgesetzt und auch unter der Prämisse, dass es eben nicht hundertprozentig erfolgreich war, sondern immer so ein bisschen von vielen Faktoren abhängig war. Also so vom Gameplay her, finde ich, war das schon cool. Wo ich jetzt gerade auch Gameplay anspreche, das ist halt was, was mich zum Beispiel im fünften Teil ein bisschen gestört hat. War dann halt einfach irgendwann vorbei. Hey, du hattest irgendwann alles gebaut und dann war irgendwie so ein bisschen, ne, wurdest du x-mal wieder gewählt und dann hast du aber relativ schnell, sag ich jetzt mal, den Spielspaß verloren, weil es ging halt einfach nicht mehr weiter. Ja, so die Langzeitmotivation, ne? Aber was würdest du denn erwarten, oder was würdest du denn erhoffen, dass das, was sie da tun quasi an der Stelle oder mit an diesem Punkt? Ja gut, an dem Punkt. Dann hast du doch einfach alles ausgebaut. Das habe ich auch bei City Skylands so irgendwann das Problem, dass dann irgendwann deine Stadt eine Megametropole ist und du dann einfach nicht mehr weiterbauen kannst. Richtig, war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, hast du recht. Ich meine das eigentlich auch mehr so auf den Zeitraum bis dahin. Also ich hätte mir da gewünscht, dass so ein bisschen der Weg dahin, sagen wir mal, ein bisschen in die Länge gezogen wird. Und man vielleicht noch so ein bisschen die ein oder andere, nennen wir es mal Hürde zusätzlich, mit eingebaut kriegt. Weil das Game ist ja halt auch vorbei gewesen, zum Beispiel wenn du eine Wahl verlierst. Mhm. So. Dann ist ja Bayern der Stelle vorbei. Ja, klar. Da hätte ich es halt zum Beispiel, würde ich es halt auch cool finden, wenn dann das Game aber noch nicht vorbei ist, weil dann hätte man ja vielleicht so eine eigene kleine Opposition, um halt wieder an die Macht zu kommen. Also so das ganze Konstrukt so ein bisschen weiter aufrecht zu erhalten und vielleicht halt einfach noch so ein paar zusätzliche Bedrohungen, möchte ich mal sagen, vielleicht mit einfügen. Jetzt kann das natürlich sein, dass ich vielleicht irgendwas nicht hatte in meiner Spielzeit, dass ich mir das nicht erlebt habe. Kann natürlich sein, dass ihr jetzt sagt, oh, klar, ist doch aber dies und das auch alles passiert. Und das war bei mir vielleicht nicht. Kann natürlich irgendwas sein. Aber halt so das Spektrum halt ein bisschen zu erweitern. Gerade eben einfach auch, weil man, finde ich, bei der Grafik nicht viel Schritte nach vorne gemacht hat. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie groß wären dann im Endeffekt die Inseln. Das wäre das nächste Thema. Für mich waren die Inseln dann irgendwann auch einfach zu klein. Du hast irgendwann alles gebaut. Dann hättest du vielleicht gerne noch ein bisschen mehr gebaut, aber musstest schon wieder was abreißen, weil die Inseln einfach zu klein waren. Ja, das kann ich verstehen. Ja, das ist natürlich die Frage. Ich bin ja persönlich kein so ein Freund von Inseln, immer bei so Spielen, weil halt diese Platzprobleme da sind. Immer brauchst du entweder, dann brauchst du entweder Fähren oder du brauchst halt irgendwelche Seillifte oder Tunnel, die da drunter herführen. Dann weißt du immer nicht, ja, baue ich jetzt das auf dieser Insel, baue ich das auf der Insel. Ich bin halt auch nicht so ein Freund von Inseln, aber ich lasse mich natürlich gerne von was anderem überzeugen und schauen, ob sie es gut umgesetzt haben, gerade was, wie gesagt, den Platz angeht. Das ist ja immer das Schlimmste eigentlich so bei Inseln. Das ist ja so das klassische Anno-Problem mit dem Inselwerk und da ist es ja dann noch schlimmer mit den Ressourcen auf den einzelnen Inseln. Das kann ja mir irre machen. Je nachdem, dann hast du die nächste Stufe deiner Gesellschaft erreicht und kannst im Prinzip deine gesamten Inseln umbauen, weil wieder du, weiß nicht, jetzt irgendeinen Rohstoff von Insel A doch brauchst, den du bisher noch nicht abgebaut hast. Genau, das ist ja die Frage, ob das ein ähnliches Prinzip ist bei Tropico denn, ne? Wenn wirklich auf Insel B quasi, weiß nicht, kannst du jetzt Erz abbauen und das brauchst du aber auf Insel A, weil die Leute da, weiß ich, keine Ahnung, Erz brauchen. Deswegen auch immer, weil sie sich eine schöne Zimmerpflanze irgendwo hinsetzen wollen oder einen schönen Topf. Das ist ja die Frage, ne? Das wird auf jeden Fall interessant abzuwarten. Aber was mich auf jeden Fall natürlich, kann man ja gleich mal ansprechen, unheimlich freut und da bin ich sehr gespannt, wie sie das nur umgesetzt haben. Das ist ja ganz klar der Multiplayer. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir das jetzt hier überhaupt ansprechen, weil das bestimmt mit Sicherheit auch auf dem Kanal hier bestimmt irgendwann mal das ein oder andere Video finden, sich wiederfinden lässt. Welcher Form auch immer. Wie man das denn letztlich wirklich betreiben soll, zu zweit. Das ist ja quasi, also vom Prinzip ist ja nichts anderes, als wenn du jetzt SimCity 2 zu dritt, keine Ahnung, zocken würden. Baut man eine Stadt zu dritt, sag ich jetzt mal. Da bin ich gespannt. Genau, das ist ja die Frage, ob man überhaupt zu dritt spielen kann oder ob es denn halt auf zwei Spieler beschränkt ist, was ich mir wahrscheinlich eher vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da bis zu, weiß ich, vier Spielern oder so. Wie soll das funktionieren? Vor allem spielst du dann miteinander oder gegeneinander? Das habe ich noch gar nicht geteilt. Ja, das ist auch die Frage. Ich vermute ja, dass man eine Stadt baut, dass man zusammen eine Stadt baut. Das ist so mein... Da geht es aber schon los, weil die Frage ist, es geht ja nicht mal an sich um das Bauen der Stadt, sondern eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das falsch interpretiert, ich habe es immer so verstanden, bei Tropico geht es darum, du bist der Diktator und deswegen musst du ja auch immer wieder gewählt werden. So, aber was macht denn der Zweite? Ist der dein Untertan oder ist er dein Konkurrent? Was die Wahlen angeht, weil der muss ja dann auch irgendwie Entscheidungen treffen, hat man deswegen vielleicht zwei Inseln, dass jeder auf eine Insel ausgesetzt wird und... Tja. Jeder quasi Diktator ist und jeder seine eigene Stadt hat, meinst du? Ist halt die Frage, ja. Das würde mich auch mal interessieren. Das würde mich auch mal interessieren. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob das funktionieren soll. Aber da lassen wir uns mal überraschen, oder? Bleibt uns keine Wahl, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das letztlich umgesetzt ist und deshalb ist natürlich auch der Grund, warum mich das Game jetzt so anfixt, weil ehrlich gesagt muss ich sagen, nach fünf Teilen hätte ich jetzt auch gesagt, okay, jetzt reicht's, weil ich muss persönlich sagen, ich bin ja mein, ich habe den vierten oder den dritten, auf jeden Fall einen der beiden Teile habe ich noch gezockt und habe da schon keinen großen Unterschied festgestellt und war halt ein bisschen dann auch ein Stück weit enttäuscht vom fünften Teil und deswegen dachte ich jetzt, okay, mit dem sechsten, irgendwas muss ja jetzt ein neues kommen und dann habe ich halt da gelesen, okay, Multiplayer, dann dachte ich, okay, das würde mich halt noch mal wieder reizen, Game dann noch mal wieder neu zu versuchen. Machen wir mal so. Wenn ich es gerade auch so, was mich auch sehr krass findet, ist, es kommt ja auch für die Konsolen raus, ne? Also es kommt ja auch für alle gängigen Konsolen, glaube ich, also zumindest für die PS4, Xbox bestimmt auch, genau, ähm, kommt's, kommt's ja raus und, äh, dann sind wir dann schon wieder bei der Steuerung. Das kann ich aber aus Erfahrungsbericht sagen, ich hab Tropico 4, ne, Tropico 5, 4, ich weiß gar nicht, einer der beiden Teile auf der PS4 gezockt und das spielte sich erstaunlich gut. Trotz Kontrollersteuerung, ja? Ja, was so ein bisschen tricky war, war natürlich, welchen Knopf musst du drücken, um in welches Menü zu kommen, war es so ein bisschen, gerade wenn er eine Weile wieder raus war, immer ein bisschen gedauert hat, aber grundsätzlich die, die, äh, die ganze Aufbausteuerung, wo man ja gerade so als PC-Spieler irgendwie denkt, das kann auf einer Konsole nicht sauber umgesetzt sein mit zwei Analogsticks, lief astrein und butterweich, war gar keine, gar kein Problem. Das, okay, das erstaunt mich jetzt natürlich, gerade weil, das ja immer so sagt, so Strategiespiele und Aufbauspiele, geht nur mit der Maus, das eigentlich nur, geht nur mit der Maus und Tastatur, aber gut, das haben sie natürlich dann, das ist natürlich praktisch, dass sie das dann umgesetzt, besser umgesetzt haben und nicht konvertiert haben, was man ja auch mal die Probleme dann hat, je nachdem, von welcher Richtung sie konvertieren, ob sie jetzt vom PC auf die Konsolen oder von die Konsolen, das ist ja meistens die schlimmere Richtung, wenn sie von den Konsolen auf den PC konvertieren, dass du denn die, dass du den Konsolensteuerung quasi hast und die ist dann total beschissen umgesetzt. Da gibt es ja auch viele Beispiele dafür, wo es dann überhaupt nicht funktioniert hat, dass es dann nur mit dem Controller eigentlich funktionieren kann. Ja, das ist dann auch mal so, aber gut, das ist die Abfahrt, aber ich denke mal für einen PC wird es eigentlich 1A laufen. Das wäre zum Beispiel jetzt wieder ein ganz interessantes Thema, wo du das gerade ansprichst, finde ich, fällt mir nämlich gerade ein, dass es zum Beispiel was, was mich auch gestört hat in den Teilen, diese Rasterfunktion. Weil du hattest ja beim Bauen immer nur diese Rastermöglichkeiten, das heißt, du konntest immer nur ein Kästchen weiter nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Du hattest also nicht die Möglichkeit des freien Bauens irgendwo und das war natürlich wahrscheinlich der Grund, warum das über die Konsole ganz gut lief. Bei welchem Teil warst du es jetzt? Also zumindest beim fünften, wo ich mich jetzt definitiv dran entsinnen kann. Du hattest halt einfach nur diese Rastermöglichkeiten, dass wirklich in diesen einzelnen Rasterpunkten... War das so, ja? Gab es da diese Rasterpunkte? Ich meine mich jetzt so daran zu erinnern, weil du halt einfach nur diese Vierecke hattest, zum Beispiel wenn du so eine, was war das, Farm oder so hingestellt hattest, hattest du halt gewisse Flächen, wo du bauen konntest oder eben nicht bauen konntest. Dann hat das da wieder nicht gepasst, weil du irgendwie einen Huckel hattest und so und du konntest das eben nur an diesen Rastern ausrichten. Ich glaube, die Straßen waren einigermaßen frei. Ja, da bin ich auch gerade bei den Straßen im Kopf und da, die konnten eigentlich sehr individuell gestaltet werden, aber Straßen ja, das weiß ich gar nicht mehr. Das stimmt. Ich bilde mir ja wirklich ein, das mit den Gebäuden war auch im fünften Teil schon so, dass du diese Rasterfunktion hattest. Was ich aber wieder erklären würde, weil auf der Konsole bietet sich das ja an, weil da ist es dann einfacher, das auch über die Konsole zu steuern. Aber war es definitiv so, ja. Dass du so einen Raster hast, den du entlang gebaut hast. Ich meine, eben war tatsächlich auch beim PC so, so kann ich mich zumindest jetzt dunkel daran erinnern, muss man natürlich sagen, schon wieder ein paar Jahre her. Aber ich denke schon. Da würde ich es halt einfach auch cooler finden, dadurch, dass du natürlich auch diese, ja auch optisch, wie ich finde, schöne Inselformen hast teilweise, dass nicht immer alles eckig ist, klar, dass man halt dann eben schön mal ein paar Berge hat, da hier einen Hügel und da ein Hubbel und da ein Loch, dass man dann aber vielleicht eben einfach, ja, dass die Gebäude auch frei daran ausrichten kann und nicht wie in so einem, da wo man mal typisch amerikanischen Städtebau ein Karree nach dem nächsten hinsetzt. Da bin ich mich totaler Freund von. So sehen meine Städte bei City Skylines übrigens auch immer aus. Dann kannst du ein Geodreieck anlegen. Ach, das ist ja langweilig. Das muss aussehen wie ein kleines Kleckersdorf, weißt du, hier ein Haus, da nochmal ein Klecks hin, da nochmal eine Straße in fünf Seppentinen oben im Teich gebaut, weil man kann es halt. Das muss alles gerade sein. Da musst du ein Geodreieck anlegen. Das muss alles in einem 90-Grad-Winkel, da mussten die Straßen gebaut sein. Und ihr merkt, das wird lustig, wenn wir das zusammenzocken. Sonst noch Eindrücke, die ihr von euch geben wollt? Das Eindrücke, ja, ich hoffe, wie gesagt, ich bin halt sehr gespannt auf das Spiel, weil ich halt ein großer Fan, wie gesagt, es hatte vier, fünf gespielt. Ich hoffe, es wird, wie der Sartan schon sagte, so hinten raus ein bisschen besser werden, weil es kam ja auch, ich weiß nicht, ob es beim vierten oder beim fünften Teil war, dann kam ja auch irgendwie so gefühlte 20 Erweiterungen, alle mal größer, mal kleiner, haben halt immer ein bisschen was noch dazu gebracht, meistens irgendwelche Gebäude, die du bauen könntest oder Ketten oder sowas. Also ich kann mich an diese eine erinnern, Big Ease oder so, ich glaube, die war beim fünften Teil und da konntest du dann irgendwie die Produktionskette von Milch über Käse oder so zur Käseherstellung machen. Aber ich jetzt dachte ja, okay, gut, und da kam dann, glaube ich, eine Karte noch dazu, aber war jetzt nicht so der Bringer, aber hat das Game halt noch ein bisschen erweitert. Also ich hoffe einfach, das wird halt größer oder zumindest zum Ende hin noch ein bisschen voller. Vor allen Dingen einfach auch in Bezug auf voranschreitende Entwicklungstechnik, was Spieleprogrammierung und so weiter angeht. Gerade, wenn man so den Trailer gesehen hat, gemeint er so richtig, finde ich, grafisch hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ich meine, ist ja auch okay, ist halt so typisch Topico, finde ich jetzt nicht unbedingt negativ, aber in der heutigen Zeit, wo die Spieler natürlich auch immer mehr von den Entwicklern erwarten, weil eben einfach auch technisch mehr möglich ist, hoffe ich mir einfach, dass sich da rund ums Spiel dadurch ein bisschen mehr tut. Wie gesagt, an der Grafik muss ich nicht mal was verändern, finde ich auch völlig okay, aber dass halt im Endeffekt ein bisschen mehr dabei rauskommt, das wäre schon ganz nett, denke ich. Genau. Also sie haben auf jeden Fall die Änderungen gewechselt, von Topico 5 auf Topico 6, von irgendwie der Hemion-Engine zur Unreal-Engine jetzt, also ich weiß jetzt aber, ehrlich gesagt, auch nicht, ob da jetzt so die riesigen Unterschiede Aber die Unreal-Engine ist eigentlich schon ein Ziem-Engine, muss man mal gucken. Ja, wie gesagt, muss man gucken, gleich liegt es auch im Detail, dass du, ich weiß nicht, von Weltraum in den Appel-Rum zoomen kannst, weißt du, und dass da dann immer noch alles super toll detailliert aussieht, ist halt die Frage, da müssen wir mal gucken, aber die müssen diesen karibischen Flair ja auch behalten, also das ist Topico, du kannst jetzt da nicht irgendwelche Cyber-Gebäude hinbauen, außer das ist natürlich so eine Erweiterung, die das später erlaubt. Da übrigens, hast du das Bild jetzt drauf? Wahrscheinlich nicht, was Alex vorhin meinte, mit diesen Button unten, mit diesen Menüpunkten. Stimmt. Genau, das ist jetzt von 5, ne? Genau, das ist von 5. Darum ist es halt ähnlich schon ein bisschen, das ist halt dieses, dieser Stil zu 6 ist halt sehr ähnlich. Also, ich finde, man sieht, da hat es glaube ich vorhin gerade irgendwie noch ein Bild offen, auch von Topico 6, so im Vergleich dazu. Ja genau, sehr schön. Da finde ich, sieht man jetzt schon einen grafischen Unterschied. Ja. Also jetzt nur alleine in diesem Bild, jetzt steht ja unten noch extra noch Alpha-Version, ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist auch halt so ein nicht unbedingt direktes Ingame-Bild, weiß ich nicht. Ja, so ein sehr aufgedreht wahrscheinlich noch und poliert. Entweder das vielleicht noch einfach sogar noch ein Trailer-Bild, wer weiß, aber ich finde, man hat ja so die Ansätze, man sieht schon Unterschiede. Dass es eine andere Engine ist, kann man finde ich sehen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meinte halt wirklich im Endeffekt, dass der Schritt vom einen Teil zum anderen ist jetzt nicht der bombastische für die, sage ich auch mal, durchaus lange Zeit, die zwischen den beiden Teilen liegt. Da hätte ich vielleicht jetzt mehr erwartet, aber das ist meine Erwartung. Typische Aufbaugrafik, ne? Ich meine, da brennst du halt normalerweise in so einem was der Prinzip ist, eine Wirtschaftssimulation oder ein Aufbausimulation, spiel ja auch nicht so ein grafisches Feuerwerk ab, wie du es jetzt vielleicht in einem, weiß nicht, in einem Shooter abfeiern würdest, wo dann der Unterschied von fünf Jahren dazwischen ist oder was er jetzt dazwischen hängt. Ich glaube, Tropico 5 kam 2014. Aber ich gebe dir recht, also man sieht schon Unterschiede, aber es ist halt auch immer noch, finde ich aber auch gut, die sind sich irgendwie der Optik toll geblieben. Also du erkennst sofort, dass das ein Tropico ist. Ja, deswegen war es auch nicht unbedingt als negativer Kritikpunkt. Es war einfach nur, dass ich dann daraus schließe, hoffe, dass ich einfach ein bisschen mehr im, auch das Wesentliche, also ich will, Grafik ist ja eine Sache, aber dass man wirklich im Wesentlichen dann einfach noch ein bisschen mehr zum Vorgänger halt noch mit implementiert hat. Das wäre schon ganz nett. Und das bleibt ja letztlich auch nur mein Wunsch, mit jeder anderen Auffassung, aber so würde ich das halt interpretieren. Ja. Genau. Aber Bock habe ich drauf, das steht auf jeden Fall fest. Ja, das ist auf jeden Fall. Also das wird auch in irgendeiner Form bei uns auf dem Kanal laufen. Wir werden es in irgendeiner Form, wenn wir es zusammen versuchen zu spielen, gucken, wie es hat natürlich auch, wie es sich spielt, wie es auch ankommt bei euch da draußen. Ich hoffe natürlich, ihr werdet das annehmen. Gegebenenfalls könnt ihr uns da natürlich auch Tipps schreiben, wie ich euch das hier, der ganze Podcast in der ganzen Form euch das gefallen hat und das Thema korrigiert uns auch gerne. Könnt ihr euch frei in den Kommentaren äußern. Natürlich alles auf einem Level. Also keine Beleidigungen und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oder dass wir alle doof sind und keine Ahnung haben. Das wissen wir eh. Das wissen wir eh. Das sagen wir uns ständig jeden Tag. Von daher, konstruktive Kritik ist das tolle Wort. Vor allem auch, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Spiele oder vielleicht auf Neuerscheinungen, wo ihr jetzt sagt, hey, werft doch mal einen Blick auf dies und jenes Game. Dafür ist ja dieses Portal jetzt hier mit dem Crewcast sozusagen ja eigentlich auch da im Crewtalk. Genau. Ansonsten eigentlich zum Thema Tropico, 29. März 2019 aktuelles Veröffentlichungsdatum, meine Fresse. Und ja, Pi mal Daumen, je nachdem wo man guckt, so um den dicken Daumen gepeilt irgendwas zwischen 30 und 40 Euro angesetzt. Das geht aber. Das finde ich ein guter Preis. Also so als Vorab-Bestellpreis jetzt hier überall auf den einschlägigen Portalen. Irgendwas zwischen 30 und 40. Finde ich aber einen guten Preis für das Spiel, muss ich sagen. In Ordnung. So, auf jeden Fall. Da muss man natürlich bestimmt bedenken für die Konsole, wenn wir wahrscheinlich nochmal wieder 20, 30 Euro oben drauf kommen, vermute ich mal ganz stark. Ja, so 60 Euro wird sich ein, ja, denke ich mir auch so. 60 Euro wird sich ein Trudeln. Mit 60 Euro angekündigt. So Klassiker. Frage ist natürlich, was die Kosten die Erweiterung, weil es wird definitiv Erweiterungen zu Tropico 6 geben. Die kommen auf jeden Fall und wahrscheinlich auch nicht wenige. Und was wollen sie dafür haben? Das ist dann auch wieder die Frage. Mal schauen. Ist wahrscheinlich wieder so das ewige Thema, wie viel Content für wie viel Geld dann im Endeffekt. Genau. Da kann man sich immer drüber streiten. Aber die Sims zum Beispiel ist ja ein schönes Beispiel, wo ich finde, das ist einfach too much für zu wenig. Ja, gut. Das können wir gerne in einem anderen Podcast nochmal bequatschen. Auf jeden Fall. Da kann man sich sehr drüber auslassen. Das war jetzt halt nur so ein schönes abschreckendes Beispiel für die Situation, finde ich. Ja, nee, da hast du recht, da hast du recht. Das, da kann man eine ganze Menge drüber reden. Da habe ich mich auch ganz viel zu sagen. Ja, vielleicht ja für den Nächsten. Also wenn ihr das wollt, schreibt es uns gerne runter. Dann können wir da gerne auch mal drüber reden oder könnt ihr auch Sachen einwerfen oder wie sagt, Spiele, die euch interessieren oder die wir uns mal angucken sollen. Schreibt sie gerne runter unter die Kommentare. Sonst habt ihr noch was? Tommy, du noch ein abschließendes Wort vielleicht? Nö, wenn ihr Bock auf das Format habt, wie gesagt, unten rein in die Kommentare, was euch mal interessieren würde, welche Spiele wir uns mal angucken sollen, vielleicht auch oder Filme oder ähnliches. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Sergeant, von dir noch ein paar Worte an der Stelle. Ganz wichtig. Abonniert den Kanal, damit ihr das hier nicht verpasst, was jetzt hier noch alles kommt und ja, natürlich rege Austausch von euch in den Kommentaren, das wäre echt cool und dann haben wir so ein bisschen auch Feedback von euch, weil dazu ist das Format ja gedacht, dass wir so ein bisschen mit euch agieren können und ja, das war es von meiner Seite. Dann kann ich auch sagen, Ahoi, macht's gut. Sehr schön. Okay, von mir auch nochmal die Anmerkung, dass ihr könnt den Abonnal-Kanälen, äh, den Abonnal-Kanälen, den Abonnal-Kanälen. Das ist einfach zu spät schon. Lasst euch den Abonnal-Kanälen. Genau, ihr könnt den Kanal abonnieren, ihr könnt uns auch auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, also die ja so in meiner Verwaltung sind, also Twitter, Instagram oder Facebook. Ist jetzt nicht so, dass da ständig irgendwas Neues kommt, aber wie gesagt, ist noch alles sehr klein und ja, ab und zu werden da schon ein paar neue Sachen gepostet, da könnt ihr euch gerne auch an mich wenden, das werde ich ja, verwalte ich ja meistens oder unten in die Kommentarsektion, da wird, schreibt rein, wir antworten sofort, schnellstmöglich oder einen Daumen, wäre auch nicht schlecht, hilft uns auch, die Glocke aktivieren sowieso, da seid ihr immer informiert, wenn irgendwas Neues kommt und ich würde sagen, an der Stelle bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich meinen Partnern, den Tommy und den Sargent und würde sagen, ich bin der Captain, meld mich ab, ciao. 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 Ciao.